Nach 10 Jahren, 10 Stunden, 10 Minuten wird etwas Unglaubliches passieren. Du bist ein Sams! Ja! Ich ein Hunger! Sams! Ich wach das nicht! Ich habe den Verdacht, dass er verrückt geworden ist. Verrückt? Das ist ein völlig unangebrachter Ausdruck. Haben wir den auch im Blau? Die sind etwas schmilder. Wie geht's uns denn heute? Sind Sie Allgemeinmedizin oder Hals-Nasen-Uhr? Ich bin doch kein Arzt. Wir haben lange dafür geübt, Häufchen. Was willst du mir denn sagen? Klickspech! Hast du dir schon mal überlegt, wie man sich als Rückwärtsgang fühlt? Ich bin das Sams im Glück! Sams im Glück! Ich hab da mal ne Frage... ...nach dem gleichnamigen Buch von Paul Mahn. Im Frühjahr im Kino. ... ...